Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Valiant Hearts, die tapferen Herzen. Wir sind Anna, Tiermedizinerin, und haben gerade einen Vogel oder Hack aus The Inner World mit einer Stück Kohle abgeworfen. Und haben jetzt einen Schlüssel, mit dem wir jetzt durch diese Tür kommen. Yay! Lalalala... Oh, ein Brief. Brief eines belgischen Zivilisten in Paris. Liebe Eltern, wir sind vor den Deutschen geflohen, um unseren Kindern Zuflucht in Frankreich zu finden. Leider rücken die Deutschen immer weiter vor und Paris befindet sich so gut wie im Belagerungszustand. Wenn Paris fällt, werden wir nach Lüttich zurückkehren. Deine liebe Tochter Mathilde. Okay, du hast also nichts. Du auch nicht. Was denn? Taxis an die Marne. Pariser Taxis werden beschlagnahmt. Aha. Oh, neue Fakten. Die deutsche Armee vor Paris. Anfang September 1914 war die deutsche Armee bis auf 30 Kilometer an die französische Hauptstadt herangekommen. Die Regierung war nach Bordeaux geflohen, wo sie stündlich mit der Einnahme von Paris rechnete. Belgien war weitgehend in deutscher Hand, allerdings gelang es 75.000 Soldaten unter dem Befehl des Königs, Diepern und Isau von der Eroberung durch deutsche Truppen zu bewahren. Die Marne Taxis. Am 6. und 7. September 1914 requirierte General Gallieni 630 Pariser Taxis, um im Eiltempo Truppen von Paris an die Front zu befördern. Selbst wenn ihre Zahl verhältnismäßig gering war, 4.000 Soldaten, etwa 3% des Gesamtkontingents, war die Wirkung in der Öffentlichkeit umso größer und diente fortan als Symbol nationaler Solidarität. Die Gegenoffensive an der Marne sollte Paris vor der Besetzung durch deutsche Truppen bewahren. Eine Uhr mit zerrissenem Armband. Eine Uhr mit einem Armband, das von einer Motorkurbel zerrissen wurde. Bevor die Zündung mithilfe einer Batterie erfunden war, wurden Automotoren durch das Drehen einer Anlasskurbel gestartet. Wenn der Motor dann ansprang, musste der Kurbelnde den Griff schnell lösen, da sich die Kurbel sonst mitdrehte und böse Verletzungen verursachen konnte. Bin ich froh, dass wir eine Batterie haben. Und dass das Anlassen elektronisch funktioniert. Am Briefkasten war es? Ne. Was will uns das sagen? Hat er dieses Rad kaputt? Oh, hier haben wir einen Schlüssel. Mit einem X. Hier haben wir ein Rad. Wollen wir mal eben das Auto reparieren? Yay. Aber wir haben ja einen X-Schlüssel, der passt da hier nirgendwo drauf. Da haben wir aber noch was gefunden. Was haben wir denn da Schönes? Zeitungen. Die Hauptinformationsquelle war damals die Zeitung. Radioempfänger steckten noch in den Kinderschuhen und das Fernsehen existierte nicht. Das Internet sowieso nicht. Viele Zeitungen widmeten sich den Ereignissen an der Front in einem eigenen Teil, der neben die allgemeinen Meldungen und dem Lokalteil trat. Außerdem wurden in einigen Blättern tägliche Listen der Kriegsgefangenen und Gefallenen veröffentlicht. Wow. Wir brauchen Wasser. Okay. Ah, oh, ah. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Für den Wagenheber. So. Die Motorhaube braucht Wasser. Das heißt, wir brauchen eine Flasche oder sowas und dann müssen wir da hin. Aber wo haben wir denn was? Da ist eine Flasche. Ah, drinnen ist also eine Flasche. Dann gehen wir mal zurück. Wir machen das Aua wieder gut. Was? Oh, was ist das denn für ein Minigame? Ich habe es scheinbar richtig gemacht. Yay. Ah, darf ich jetzt die Flasche haben? Danke. Es war lustig. Es war ein bisschen wie Guitar Hero. Dass man da so ein Laufband hatte und immer die richtigen Dinger drücken musste. Also, dann muss ich erst Wasser anlassen. Ja, meinst du das? Meinst du das damit? Aber, aber hier ist kein Dreiecksschlüssel. Oder passt der da drauf? Ach ja, doch, der passt da drauf. Okay, dann machen wir halt erst Wasser an. Holen dann die Flasche. Ich hätte erst die Flasche drunter geschält, vor allem wegen Wasserverschwendung und so. Aber gut, Anna macht es anders. So, dann tun wir hier Wasser rein. Ach, und wir fahren jetzt. Ah, na klar. Die hat ja Freddy und die anderen alle mit dem Auto abgeholt. Natürlich musste sie auch mit so einem Auto fahren. Oh, schon wieder so ein Spiel. Geil. Ach, wie schön. Aber jetzt mache ich die Musik nicht mehr kaputt. Hört zu. Oh. Ich kann nicht anders. Oh. Ganz ruhige Musik. Ah, geh weg. Geh weg. Ah. Was soll denn das? Tanzen wir jetzt gerade hier? Es ist das, was ihr mir sagen wollt. Das 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 ist das, was ihr mir sagen wollt. Aber geschafft, beim ersten Versuch. Da bin ich ja doch stolz drauf. 7. September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Das glaube ich, dass das kein cooles Erlebnis ist. Gibt es hier links auch was? Entschuldigung, ich muss gerade husten. Haben wir hier was aufzuheben? Nein. Gut. Eieieiei. 7. September 1914. Frankreich. Überall liegen Leichen. Da braucht jemand Hilfe. Kann ich noch weiterhelfen? Nein, nein, nein. Nein. Ich tu mich. Ich tu mich. Ich tu mich. Da war jetzt schon andere Tasten drücken. Wird immer komplizierter. Ah, das hat geknackt. War zu früh. Wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn medizinisch versorgt. Und wahrscheinlich das Leben gerettet. Sieben Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Oh. Doch der Krieg wütete weiter. Oh nein. 22. April 1915. Üpern. Belgien. Was ist los? Okay. Da lang. Da braucht jemand Hilfe. Zwei. Drei. Okay. Neues Tagebuch. Das lesen wir natürlich erst. 7. September 1914. Die Lage hier ist entsetzlich. Gestern war ich noch in meiner warmen, gemütlichen Wohnung und jetzt bin ich in den Tiefen der Hölle. So viele sind tot. So viele junge leben verloren. Heute Morgen konnte ich einen Soldaten retten, aber es gibt so viele, die gepflegt werden müssen. Morgen versuche ich, näher an die Front zu kommen, damit ich den Bedürftigen helfen kann. Dem Bedürftigsten sogar helfen kann. Karl ist noch am Leben. Ich habe ihn in einem Zeppelin gesehen, der nach Süden flog. Morgen werden wir mit Anna und Freddy wieder nach ihm Ausschau halten. Diese verwünschten Granaten wären beinahe mein Ende gewesen. So dicht vor meinem Ziel werde ich auf keinen Fall aufgeben. Offenbar heißt die Anführer von Dorf. Ich werde ihn erwischen. Alle anderen sind nur Figuren in seinem Spiel gegen mich. Heute Morgen kamen wir in Üpern auf Befehl von Dorfs einen Wissenschaftler in Gewahrsam genommen. Die Armee ist an seiner Arbeit interessiert und anscheinend wird er Deutschland dabei helfen, den Krieg zu gewinnen. Er scheint nett zu sein, aber es ist schwer, etwas über ihn herauszufinden. Von Dorf lässt ihn stark bewachen. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an meine Marie und meinen Viktor denke. Ich habe sie jetzt seit acht Monaten nicht mehr gesehen. Sie fehlen mir so sehr. Das hatten wir, glaube ich, schon. Da braucht jemand Wasser. Kann ich da reingehen? Ja. Oh, wir haben neue Fakten. Das Blutbad. Die ersten drei Monate des Krieges waren unvorstellbar blutig. Der 22. August 1914 gilt als der verlustreichste Tag des gesamten Konflikts. Konflikts. Auch die Zahl der Schwerverletzten überstieg bei weitem alles, womit die Generalstäbe gerechnet hatten. Das Sanitätswesen der damaligen Zeit war mit einem Konflikt solchen Ausmaßes völlig überfordert. Die Krankenschwestern. Sie sind die Engel des Weltkrieges. Freiwillige, die vom Roten Kreuz oder den Armeen angeworben wurden. Ob an der Front oder in den Krankenhäusern des Hinterlandes, sie waren Pflegepersonal, Mutter und Vertrauenspersonen in einem. Ihr Tagesablauf war körperlich und seelisch überaus belastend. Sie tauchen in den Erinnerungen vieler Soldaten auf und für so manchen Sterbenden waren sie die letzte Begleitung. Nach dem Ende des Krieges wurden sie demobilisiert. Da brauchen wir eine Säge. Was haben wir da? Socken? Sind das Socken? Talgsocken. Socken, die in Talg getaucht und mit Formalin überzogen wurden, waren die effektivste Methode, die Kälte und Feuchtigkeit abzuwehren und so Frostbeulen und anderen Verletzungen vorzubeugen. Zumindest glaubten die Leute, dass es helfen würde. Egal wie effektiv die Socken auch waren, der beste Freund des Soldaten war nun mal ein trockenes Paar Socken. Das kann ich verstehen. Da können wir also irgendwann wahrscheinlich Wasser herholen, auch wenn es da nur tropft. Da ist dann gar nichts. Und hier drin, da ist die Säge. Er brauchte doch eine Säge. Was müssen wir tun? Müssen wir irgendwas absägen? Ach, ich finde das so super, dieses Minigame. Was sägt sie ihm denn ab? Ach, scheiße, falscher Taste. Sägt sie ihm den Arm ab? Puh, aber wir haben ihn gerettet. Das ist die Hauptsache. Er scheint uns sehr dankbar zu sein. Können wir ihm was tun? Nein, okay. Dann gehen wir wieder raus. Hier wartet schon jemand auf Wasser. Hier ist die Flasche. Gehen wir doch mal schauen, ob wir da irgendwie hier irgendwie Wasser rauskriegen. Kann ich denn da mit diesem diesem Rohr nichts tun? Das blinkt so. Da braucht jemand eine Krücke. Ich komme hier aber nicht raus. Okay, wir stellen die Flasche erstmal drunter. Oder warte, kann ich hier dagegen hauen oder so? Ja. Aber da passiert nichts. Da fehlt irgendwas scheinbar noch. Vielleicht so ein Ventil oder irgendwas. Moment, gehen wir erstmal nach links. Wer ruft denn hier nach nach einer Krücke? Da ist Wasser. Brauchst du Hilfe? Nee. Doch, du brauchst eine Krücke. Ah, und hier. Ah. Wunderbar. Flasche ist voll. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ein Baumstumpf. So, da brauchen wir... Da machen wir bestimmt die Krücke draus. Dann brauchen wir halt nur noch irgendwie eine Axt oder so. Aber jetzt gehen wir erstmal... Ja, ich komme auch bald mit der Krücke. Moment, Moment, Moment. Man müsste ein bisschen Geduld haben. Ich bin nur eine Frau, die hier alles machen muss. So. Erstmal Wasser für den anderen. Wir helfen aber jedem. Hier, bitteschön. Gern geschehen. Was ist das? Feldgeschirr mit Löchern. Beide Teller dieses Feldgeschirrs weisen Löcher auf. Vielleicht nicht mehr sehr nützlich, um noch etwas zu essen, aber scheinbar Leben zu retten für einen Soldaten. Das Feldgeschirr wurde auf Nierenhöhe getragen. Als die Granate explodierte, hat das Feldgeschirr das kochend heiße Schrapnell gebremst und dem Soldaten das Leben gerettet. Das Feldgeschirr wurde mit Rauch geschwärzt, damit es in der Sonne nicht glänzte. Damit die wahrscheinlich nicht gesehen werden, wenn die irgendwo gerade essen, haben die extra das geschwärzt, damit das nicht die Sonne reflektiert und so den Standpunkt verrät. Krass. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Valiant Hearts wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüsschen.